Hallöchen ihr Lieben! Ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Heute zeige ich euch ein schnelles Fisch-Kartoffel-Rezept aus dem Ofen. Es schmeckt sowas von gut und wie es geht zeige ich euch jetzt. Das hier sind die Zutaten. Ich habe hier einen Fisch, das ist eine Dorade, etwa 500 Gramm. Dann habe ich hier eine Zitrone, Kartoffeln. Die Kartoffeln habe ich schon gekocht, gleich werden die noch gepellt. Knoblauchzeh, eine Karotte, frische Petersilie, ein wenig Mayonnaise brauche ich, dann Salz und Pfeffer und Olivenöl. Ich fange sofort an mit dem Fisch zubereiten. Der Fisch wurde ausgenommen und entschuppt. Ich habe es auch gewaschen und mit Papier abgetöpft und abgetrocknet, auch von innen. Dann schneiden wir schmale Streifen, aber nur etwas so zwei Zentimeter dick auf beide Seiten und dann würze ich gut Salz und Pfeffer. Schön einmassieren. Das gleiche machen wir mit Pfeffer. Auch von innen. Jetzt gebe ich dann die frische Petersilie. Sie kommt hier im Schnitt rein. Auch zwei Knoblauchzehen. Nun schneide ich die Zitrone in dünne Scheiben. Ich brauche ein paar ganze Scheiben von Zitrone, weil darauf wird mein Fisch draufgelegt und ein paar Stücke, dass ich dann hier in diese Ritzen reinmachen kann. Dann mache ich ein oder zwei Stücke von innen. Jetzt brauche ich noch Knoblauch, schneide ich auch in dünne Scheiben und dann kommen die Stücke auch hier dazwischen. Das sorgt für Geschmack. Und die Zitronenscheiben verteile ich hier unter den Fisch. Mein Blech dreht sich. Und dann noch ein paar Knoblauchstücke drunter. So legen wir unseren Fisch drauf. Nun sind die Kartoffeln dran. Die werden jetzt gepellt. Die Karotte habe ich schon geputzt und geschält. Jetzt sehe ich, dass ich nicht alles erwischt habe. Muss ich nochmal nachbessern. Und das wird auch in dünne Scheiben geschnitten. Gleich werden die Kartoffeln und die Karotte auf dem Blech schön eingerichtet. Bevor ich das tue, mache ich erstmal mein Ofen an und lasse es vorheizen. Umluft 200 Grad. Auf dem Blech verteile ich jetzt Olivenöl. Auf dem Fisch auch. Da können wir mit einem Hinser schön verteilen. Und die Kartoffeln viertel ich. Und das schön um den Fisch herum platzieren. Und jetzt kommen die Karotten. Jetzt ein bisschen Olivenöl auch über die Kartoffeln und die Karotten verteilen. Salz und Pfeffer. Um den Kartoffeln eine Bräune zu geben. Dann bepinseln wir sie mit Mayonnaise. Und in dieser Konstellation. Die Kartoffeln erstmal vorkochen. Dann mit Mayonnaise und dann im Backofen. Ihr werdet begeistert sein. Ich verspreche es. So sieht dieses breites Stück aus. Und jetzt kommt alles in den Ofen. Für etwa 40 bis 45 Minuten. Jetzt muss ich sagen, es sind jetzt 35 Minuten. Und ich nehme den Fisch und die Kartoffeln schon raus. Weil die sehen schon gut aus und sind fertig. Es ist von Ofen und Kartoffeln und Fisch abhängig. Das sieht wunderbar aus. Genau so wie ich mir vorgestellt habe. Guck mal hier. Wow. Richtig, richtig lecker. Die Kartoffeln sind knusprig. Schöne braune Farben haben sie bekommen wegen Mayonnaise. Der Fisch sieht total lecker aus. Das leckere Fisch-Kartoffel-Gericht aus dem Ofen ist jetzt fertig. Ich werde gleich den Teller anrichten. Und ich freue mich schon zu servieren. Es duftet. Es ist lecker. Ich kann euch das Gericht nur empfehlen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte liked, kommentiert. Abonniert diejenigen, die neu dabei sind. Und seid dabei bei dem nächsten Video. Bleibt gesund ihr Lieben. Eure Tati. Tschüssi. Eure Tati. Eure Tati. Eure Tati.